Hallo liebe Fans des Sportbundes Rheinland, wir präsentieren euch wieder die Sporttipps zu diesem Wochenende. Starten möchten wir am Samstag um 16 Uhr in der Brunnenschenke in Riol. In der ersten Bundesliga des Kegelns tritt dort der KSV Riol gegen die Mannschaft aus Iserlohn an. Wer am Samstag Nachmittag nicht in der Trierer Ecke zu Hause ist, sondern rund um Neuwied wohnt, der kommt um 16 Uhr in die Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums in Neuwied. Dort steht die zweite Bundesliga im Damenvolleyball an und zwar spielt die Mannschaft des VC Neuwied gegen Krimmer. Und in der Handball-Oberliga geht es um 20 Uhr weiter in der Sporthalle der IGS in Kastellauen. Heißt die Partei HSG Kastellauen-Simmern gegen HSG Rhein-Nahe-Bingen. Unterstützt unsere Mannschaften dort, kommt dort in die Sporthallen und auf die Kegelbahn. Und damit ihr auch noch aktiv werdet, haben wir natürlich auch den Aktiv-Tipp wieder im Programm. Dieses Mal schließen wir die Saison im Kletterwald sein ab. Samstag und Sonntag könnt ihr da ein letztes Mal in die Bäume gehen. Ab 11 Uhr geht es jeweils los. Wir wünschen viel Spaß im Baum und wir sehen uns nächste Woche. Wieder, wenn es heißt, die Sporttipps vom Sportbund Rheinland.